Ich möchte Sie zu einer neuen Ausgabe von Speedfacts einladen. Heute mit unserer neuen Schallabsorber-Linie Lindner Mute Plus. Für Sie im Trockenbau, im Baustoffhandel oder in der Raumausstattung sind individuell gestaltbare, nachhaltige und geprüfte Schallabsorber von besonderer Bedeutung. Der Ausbau wurde gerade fertiggestellt und die Raumaakustik entspricht nicht den Anforderungen. Hohe Nachhaltzeiten und eine anhaltende, störende Geräuschkulisse erschweren die Kommunikation. Folglich werden mit der Zeit die Menschen immer angespannter und stehen somit unter Stress. Beides wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden und schlussendlich auch auf Ihre Gesundheit aus. Wir wollen alle in einem gesunden Umfeld leben, lernen und arbeiten. Deshalb ist der Ökotec Standard 100 selbstverständlich für unsere Schallabsorber. Effizient geprüfte, individuell gestaltbare Schallabsorber mit einfacher Montage und zudem auch noch schnell verfügbar sind schwer zu finden. Die individuelle Gestaltbarkeit der Schallabsorber ermöglicht Ihnen einzigartige Akzente zu setzen und somit den Raum harmonisch zu gestalten. Umfangreiche Schallmessungen belegen die hochwirksame akustische Leistung unserer Schallabsorber. Alle notwendigen Zubehörteile für den Einsatz als Decken- oder Wandabsorber sind mit dabei und ermöglichen Ihnen eine einfache Montage. Gerne verwirklichen wir Ihre Ideen, um Ihr Projekt einzigartig zu gestalten. Sie benötigen nachhaltige Schallabsorber für eine hervorragende Raumakustik gepaart mit zeitlosen, individuellem Design? Sprechen Sie mit uns gerne telefonisch unter 08723 208152 oder per E-Mail info at muteplus at lindner-group.com. Wir stehen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Hat es Ihnen einen Gefallen? Gerne ein Kommentar, ein Like oder ein Abo. Ihr Christian Widemann Ihr Christian Widemann